Smackdown in der Analyse. Was war gut? Was war schlecht? Highlights und Lowlights in der Diskussion. Ihr hört die Smackdown Review mit eurem Host Jonathan aka Perkix WWE. Die Wrestlemania Woche neigt sich dem Ende entgegen. Eine letzte Show steht jetzt hier noch auf dem Programm und zwar Smackdown nach Wrestlemania. Natürlich wieder aus Brooklyn, eine wunderschöne Stadt bzw. ein wunderschöner Ort. New York City, der Gastgeber von Wrestlemania und ich rede nicht von Alexa Bliss. Die haben wir bei Smackdown nicht gesehen diese Woche, gestern bei Raw, aber wir haben gestern schon die Raw Review hochgeladen. Checkt die gerne aus, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Wir reden heute über die blaue Show an meiner Seite, um das zu tun. Natürlich mit dabei der Edeljobber, der Björnster. Hey, yo, Meister zusammen. Es ist fast geschafft, Jonathan. Wir haben die Woche fast hinter uns gebracht und wir enden natürlich mit dem größten Highlight, was die Bestie-Media-Woche bieten kann. Nämlich an der schlechten Smackdown-Ausgabe. Ich bin gehypt. Wir werden rausfinden, ob sie so schlecht war. Es kann auf jeden Fall sein, dass diese Review nicht sonderlich lang dauert, weil auch nicht sonderlich viel passiert ist. Aber einige Talking Points gibt es ja. Also ich muss dazu sagen, im Nachhinein habe ich natürlich auch gestern unsere Review nochmal gehört und habe auch nochmal bei Raw reingeguckt. Und muss sagen, eigentlich waren wir, glaube ich, viel zu nett gewesen. Also es war ja wirklich gestern eine gute Raw-Ausgabe, aber es war gestern Raw After Mania. Und dafür war es eigentlich dann schon wieder irgendwie relativ enttäuschend. Und naja, da hat man vielleicht gedacht, dann kommt heute vielleicht noch was Schönes oder so. Aber puh, das, was wir da zu sehen bekommen haben, war ja fast unterirdisch. Ich meine, ich glaube auch schon eine einzige Sache, worauf ich mir eigentlich fast gar nichts erwähnen, weil alles andere eh vollkommen irrelevant ist, weil es eh nächste Woche wieder alles komplett auf den Kopf geschmissen wird. Und ja, das hat man auch diese Woche eindeutig gemerkt halt so. Da wurde halt viel verwaltet. Aber ja, hauptsächlich geht es dann halt nächste Woche ab, wenn wir den guten Shake-Up haben. Und ja, dann können wir wahrscheinlich auch so richtig mit neuen Programmen anfangen, weil dann wissen wir wirklich, was los ist. Ja, das wird auch sehr spannend nächste Woche, der Superstar-Shake-Up. Das ist immer eine ereignisreiche Woche. Ausgerechnet da werde ich nicht am Start sein, aber Tobi und Björn werden das Ganze durchsprechen. Interessant auch hier bei SmackDown. Es gab ja ganz, ganz viele Teile der Show, die man in ähnlicher Form bei Raw auch schon gesehen hat. Zum Beispiel das Ricochet Alistair Black, Tag Team Match, die in einem Tag Team Match standen. Oder, ähm, ne, die Iconics, die hatten wir auch schon bei Raw. Oder... Tannen, der aufgetaucht ist. Ein Drew McIntyre, der auf einmal bei SmackDown auftaucht. Ein Braun Strowman, der bei SmackDown auftaucht. Ich meine, die hätten auch einfach sagen können, diese Woche gibt es keinen Brand Split und ist alles wieder gut. Ich meine, die haben aber eh diese Woche alles auf den Kopf geschmissen. Weil anscheinend haben wir ja auch mittlerweile wieder General Manager. Und dann schließt sie behauptet auf eine Patch auf einmal, dass sie ja nächste Woche neu ist, dass sie neue SmackDown-Leute ranholt aus der Technik-Devolution. Wo ich mir sage, hä? Ja, man hat die Frau dann eigentlich noch irgendwas zu sagen. Aber naja, das ist halt BWE. Lars Sullivan, der da war. Sami Zayn, naja, gut. Und natürlich, äh, und damit können wir, denke ich, mal starten für SmackDown. Das war ja durchaus feierbar. Eine feierbare SmackDown-Episode. Denn... New Day hatte mal wieder was zu feiern. Nicht nur bei Raw, sondern auch bei SmackDown. Sie starten mit einer Championship-Celebration. Sie feiern Kofi den Titelgewinn. Außerdem blicken sie zurück auf die Karriere von Kofi Kingston. Der bedankt sich dann bei seiner Familie, bei seinen Söhnen, bei seiner Frau und allen, die ihm da Unterstützung gegeben haben, wird dann aber von The Bar unterbrochen. The Bar werden heute mit Drew McIntyre antreten gegen The New Day. Ey, das hat man hier in diesem klassischen SmackDown-Anfangssegment aufgebaut und dann am Ende im Main Event auch bekommen. Ja, das hat man hier aufgebaut. Prinzipiell war das natürlich vollkommen in Ordnung, jetzt hier auch nochmal, ähm, Kofi zu feiern und alles, äh, vollkommen okay. Ich hab da eigentlich auch gar nichts groß auszusetzen, außer eine Line, die mich von Kofi Kingston doch extrem gestört hat, weil er auf einmal davon erzählte, dass es ja in den elf Jahren quasi davor nie vorgesehen war im Skript, dass er irgendwie mal WWE-Champion wird. Wo ich mir dann denke, so, ähm, ja, ist ja schön, dass wir K-Fab einfach nicht mehr leben und sowas halten. Ist das auch mittlerweile einfach in den Shows offen erwähnt, dass es einfach, ja, eigentlich ja gar nicht laut Skript ist vorgesehen war, dass er Champion wird. Das wäre halt ungefähr so, als ob irgendwie, weiß ich nicht, ähm, die Rebellen bei Star Wars gewinnen und in der nächsten Episode stellen sie sich da hin und sagen, aber geil, haben wir gewonnen, aber auch, war gar nicht vorgesehen in dem Skript, aber ihr habt uns so gefeiert und deswegen haben wir das Skript einfach geändert und deswegen darf ich jetzt auch mal Champions sein. Aber was ist das denn für eine Line, bitte? Also... Björn, bitte lass deinen Tisch in Ruhe, ich rast gleich aus, wenn du nochmal dran bist. Ja! Nee, da krieg ich Hass, also wirklich, da frag ich mich halt einfach nur so, hör mal, das kannst du doch nicht machen. Ich mein, du musst doch wenigstens in der, in der Scheiß-TV-Show zumindest halbwegs im K-Fab bleiben. Ich mein, dass wir das auf Social Media und so 2019 nicht mehr so hinkriegen wie damals, gar keine Frage, das seh ich ja alles ein. Aber bitte in den Shows möchte ich doch bitte noch K-Fab haben und ich möchte halt nicht, weiß ich nicht, 2,5 Mengen gucken und dann tut sich der Schauspieler hinsetzen und sagt halt so, ja, puh, hab ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich hier mitspielen darf, weil eigentlich mein Lebensskript halt eigentlich drin gestanden, dass ich niemals eine Frau abkriege. Was ist das denn? Das geht halt einfach nicht, weißt du so? Ansonsten war das vollkommen in Ordnung. Das gute alte Lebensskript. Sieht das bei dir auch noch eine Frau vor? Nächster Zeit? Also ich weiß nicht, also laut Skript eigentlich nicht, aber wenn natürlich der Erfolg jetzt kommt und die Leute mich auf einmal feiern, dann kann es natürlich sein, dass ich mein Skript nochmal umschreibe. Gute Sache. Das ist ja auch was, was wir bei Ronda Rousey zum Beispiel kritisiert haben, die auf Twitter einfach sagt, ja, ihr könnt alle vielleicht im Skript kämpfen und die Writer stellen das dann auch so dar, dass ihr stark ausseht, aber ich, ich brauche keine Writer, um stark auszusehen. Ich habe hier bei UFC reingehauen. Ich war the baddest woman on the planet for real. Ich habe Leute in zwölf Sekunden weggehauen oder weniger und Leute wirklich zum Aufgeben gebracht. Das kannst du schon so sagen, aber dann machst du halt einfach die Glaubwürdigkeit deiner Gegner, die Glaubwürdigkeit deines Matches und dann auch irgendwie von WrestleMania an sich völlig hinüber. und natürlich war das Match jetzt trotzdem groß, was Ronda Rousey hier bei WrestleMania hatte, aber das ist halt schon immer ein fader Beigeschmack und das braucht es ja auch nicht. Also was bringt es, wenn wir jetzt ansprechen, hey, im Skript stand nicht, dass das und das passiert. Soll das dieser reale Moment auf einmal sein, dass die Leute sich sagen, Kofi Kingston, krass, der geht off-Skript oder der gewinnt hier gegen alle Odds und sowas. Also das ist ja nicht die Art von Storyline, die man eigentlich da sehen will und auch erwartet, wenn man bei SmackDown einschaltet. Also ich muss sagen, das ist auch nichts, was ich groß dann abfeiern kann. Natürlich ist es in dem Sinne geil, wenn man die Linien zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt und Engels bringt wie zum Beispiel die Pipebomb von CM Punk, eines der großartigsten Segmente und Promos der WWE und Wrestling-Geschichte, keine Frage. Aber das ist ja eine andere Art von Grenzüberschreitung. Das ist ja eher, dass er Sachen sagt, die man ihm sonst so nicht zutrauen würde, aber er hinterfragt ja im Endeffekt dann trotzdem nicht den Kampf und sagt, ja, guck mal, es ist alles abgesprochen und John Cena, wenn ich dich bei Money in the Bank weghaue, dann steht das übrigens im Skript und ich verliere den Titel danach wieder, weil das ist auch noch damit festgehalten. Das ist einfach völliger Quatsch. Und auch die falsche Art von Realness, in Anführungszeichen, ich will es eigentlich gar nicht so nennen. Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Das hat mich echt in dem Moment echt aufgeregt. Ich saß hier einfach nur und habe mich gefacet und habe einfach gedacht, wenn die eigene Firma ihr eigenes Produkt nicht mehr ernst nimmt, dann bist du halt ganz unten. Und man muss aber sagen, das war nur ein Moment, ein Satz quasi in dieser Richtung. Ja, klar, deswegen sage ich ja, die Probe prinzipiell, die Feier, und das muss ja auch sein. Ich meine, du musst dort den Champion rausbringen, die wollen ihn sehen, die sollen ihn abfeiern, so soll das ja auch sein. Also mich hat nur diese Line halt extrem gestört. Und danach ging es ja dann auch wieder um die Familie und mir hat das alles geschaut. Das war ja alles toll, das war alles super, halt nur, ja, den Satz hätte er sich bitte sparen können. Ja, genau. Das Segment an sich war sehr, sehr fröhlich, sehr, sehr sympathisch, positiv, Power of Positivity. Und generell, ich finde es halt auch, ich finde es so großartig, wie New Day an sich mit dem interagieren, was von den Fans kommt. Man muss sich nur mal anschauen, jetzt gab es natürlich wieder die Gerüchte, ja, gibt es heute Nacht den New Day Split, schon, ne, bei WrestleMania. Und was ist dann der New Day Split? Dass Big E einfach seinen Spagat macht, der auf Englisch eben Split heißt, und sich dann da so feiert und auch noch seine Kremasse zieht. Und, ähm, quasi wie der Heel Turn von John Cena. Da gab es ja auch so ein Segment-Teil, I'm gonna turn heel und sowas. Und dann dreht er da seine, seine Ferse und dreht da seinen, seinen, ne, Schuh auf dem Boden und die Leute feiern es. Also es ist schon großartig, wie sie damit spielen. Außerdem, total beeindruckend, wie stark Kofi Kingston bejubelt wird und wie heftig The Bar im Gegensatz dazu ausgebucht wird. Ne, das, äh, ist schon krass. So eine heftige Face-Heel-Dynamik gibt's ja gar nicht so häufig jetzt bei Raw oder SmackDown. Ähm, und dann ist es natürlich einmal die After-WrestleMania-Crowd und dann ist es aber auch natürlich Kofi Kingston, der als Babyface einfach total over ist und deswegen, ähm, für solche Reaktionen sorgt. Das ist ja eigentlich schon, äh, eine sehr, sehr beeindruckende Sache und deswegen wahrscheinlich auch absolut zu Recht da oben jetzt gerade. Ja, gut, aber du würdest ja auch sagen, dass, äh, Seamus und Cesaro quasi zu Recht diesen Spot haben, aber warum? Ich meine, dass sie jetzt gerade so heftig ausgebucht worden sind vor dieser Crowd, das lag natürlich auch an den Geschehnissen des Vortages, was natürlich die Leute in der Crowd nicht vergessen haben, weil natürlich 90% der Leute auch am Vortag in der Halle gewesen sind und, ja, sie ist dieses Ende natürlich noch im Kopf hatten, wie die WWE ihnen quasi den dicken Finger gezeigt hat und da tut natürlich dann mehr oder weniger Cesaro und Seamus als, ähm, ja, Bauernopfer herhalten, ne? Und, ähm, deswegen bekommen sie natürlich auch die krassen Reaktionen, ähm, ob es jetzt nur am Kofi lag, lasse ich mal dahingestellt. Aber natürlich ist Kofi over, ich gönne ihm das, ich gönne ihm auch seinen Titelmann, ich glaub, der wird nicht allzu lange dauern, wenn ich ehrlich bin, halt so, ich bin mal gespannt und, naja, genießen wir, also die Fans von Kofi sollten es genießen, solange er Champion ist. Ja, da, ähm, das hat es immer so ein bisschen an sich, ne? Wenn der Underdog dann den WWE-Titel gewinnt oder ganz groß den Erfolg hat, das ist halt dann wirklich viel gut hoch, aber wenn man auch in die WWE-Geschichte schaut, ähm, da dauern diese Titelregentschaften dann leider häufig auch nicht so lange. Was heißt leider? Es gibt ja auch keine Anzeichen jetzt dafür, dass Nüder sich splitten würde oder sowas halt so, die machen weiter ihr gleich, auch jetzt wo Kofi Champion ist, ihre Comedy-Sachen im Ring und sowas halt so und von daher glaube ich einfach, ähm, ja, dass Kofi dann wahrscheinlich auch relativ schnell, in Anführungszeichen, diesen Gürtel dann wieder verlieren wird. Besichert nicht bei der ersten Verteidigung, aber vielleicht in zwei, drei Monaten und dann ist auch das normale, ja, Nüder-Programm weitergeht und die wieder ihre Pancakes in Publikum schmeißen dürfen. Genau, also spätestens beim SummerSlam wird Kofi dann den Titel verlieren, das ist auch meine Prediction und das ist ja auch nicht verkehrt. Also dieses Underdog-Feelgood-Publikumslieblings hoch, das flacht er dann auch, ne, wahrscheinlich relativ schnell ab, zumindest war es jetzt in der Vergangenheit so und, ähm, natürlich Eddie Guerrero als Champion, das war großartig, der Moment, als er den Titel von Lesnar gewonnen hat, äh, 2004, das war großartig, total beeindruckend, aber dann ist er halt als Champion trotzdem nicht derjenige gewesen, der groß die Leute in die Halle gezogen hat, äh, das lässt sich statistisch, äh, beweisen und ist halt auch der gewesen, ähm, ne, bei dem dann die Zuschauerreaktionen langsam wieder abgeebbt sind. Gut, Eddie Guerrero ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil bei dem, äh, waren die Reaktionen trotzdem krass, aber auch ein Rey Mysterio, der dann relativ schnell wieder seinen Titel verloren hat, der nie den riesigen großen Run an der Spitze hatte, Daniel Bryan, der nach seinem Feel-Good-Moment, ähm, nach WrestleMania wegen der Verletzung dann den Titel abgegeben hat, ähm, ja, das spricht schon eine eindeutige Sprache, ist jetzt aber auch nicht so verkehrt und, äh, wer kommt denn jetzt für Kofi eigentlich als Fäden-Gegner? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, äh, mit dem Shake-Up nächste Woche, aber was wäre denn deine Traum-Kofi-Paarung? Ja gut, das ist jetzt ja wirklich, also wirklich so weit, äh, da müssen wir jetzt so weit spekulieren, was jetzt nächste Woche wäre, wie die Hunden wechselt und sowas halt. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich Kofi Kingston sogar bei SmackDown bleiben wird, zusammen mit New Day und, ähm, da natürlich die Frage ist, ja, welche, welche neuen großen Gegner kommen in Frage? Ja, auch Leute, die jetzt vielleicht nicht schon im letzten Jahr bei SmackDown waren und, ähm, da muss man natürlich schauen, wer rüber gewaftet wird, halt so, ne? Da gibt's wahrscheinlich so einige Möglichkeiten, ähm, vielleicht ist es ja auch ein Born Storm, wenn der dann wirklich rüber geht zu SmackDown und dann in Richtung Titel greifen wird oder sowas halt so. Irgendwas wird man da schon machen, aber das ist so viel Spekulation, da müssen wir wirklich bis nächste Woche abwarten, das ist, äh, wahrscheinlich weiß das die WWE selber noch nicht. Ich meine, da haben sich ja noch keine Gedanken drüber gemacht, das hat man ja diese Woche auch gemerkt. Es wurde jetzt hier jetzt kein neuer Gegner aufgebaut oder sowas halt so, ähm, auch wenn Champions Cesaro jetzt bei beiden, äh, Tagen rauskam, äh, war das natürlich nur ein reines, ähm, Füller, naja, Füller-Segmente, ne? Oder Füller-Mini-Fede, wenn man das so nennen möchte oder wie auch immer. Ja, also da warten wir mal ab nächste Woche, das wird auf jeden Fall sehr interessant, kann ich mir vorstellen. Und, äh, yes, von daher Wait and See! Der Main Event war dann eben mit New Day gespickt und, ähm, dem schottischen Psychopathen, genau wie The Bar, und Drew McIntyre, der hatte tatsächlich dann in der Werbepause von, äh, SmackDown hier in diesem Match, ähm, laut Augenzeugenberichten, laut Fans, eine Verletzung, äh, mit der er gekämpft hat. Irgendwie am Arm, an der Schulter, hat ständig den Arm hoch und runter gehoben, war dann beim Doktor und ist dann aus der Halle rausgegangen, war dann auch nicht mehr zu sehen am Ende, ähm, als, äh, Kofi sich hier den Sieg geholt hat, beziehungsweise New Day sich hier den Sieg geholt haben, Kofi dann mit seiner Frau, äh, noch im Ring gefeiert hat, der Feel-Good-Sieg quasi für New Day, ähm, für Drew McIntyre lief das hier nicht ganz so gut. Für Drew McIntyre lief es nicht ganz so gut, ne, jetzt müssen wir natürlich, äh, Daumen drücken, dass es nix Ernsthaftes ist und, ähm, ja, du, dann, an Anführungszeichen, fit ist auch schon, für nächste Woche wieder eingesetzt zu werden, gedraftet zu werden, wie auch immer halt so, äh, hoffen einfach, weil es nix Ernstes ist und er einfach schnell wieder zurück ist. Ja, aber so war es ja auch, naja, relativ, ähm, unnötig, ne? Also, ich meine, klar, The Bar hat gesagt, wir haben hier bei War gestern einen neuen Freund gefunden und vielleicht ist das schon der erste Teaser, dass vielleicht auch ein Drew McIntyre quasi mit rüber wechselt oder irgendwas halt so. Ähm, ja, äh, für Drew McIntyre sah es natürlich jetzt nicht allzu glücklich aus, hier mit The Bar, hier in wenigen Minuten unterzugehen. Aber, naja, gut, ich meine, der hat ja auch sein Mania-Match verloren und so, ich meine, der Push ist ja wahrscheinlich eh erst mal vorbei, ja? Ja, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man Drew McIntyre irgendwie dann nochmal im Herbst nach oben bringen will, das kommt jetzt auch natürlich drauf an, wie jetzt die nächsten Wochen, Monaten verlaufen, wie jetzt auch erstmal seine Verletzung überhaupt verläuft, hoffen wir mal, dass er da nicht ausfallen muss. Warum hat er eigentlich Drew McIntyre nochmal seinen letzten Freund hintergangen? Ach genau, er wollte ja alleine unterwegs sein, ne? Ja, deswegen hat er jetzt neue Freunde gefunden. Finde ich gut. Macht Sinn, macht Sinn, also das macht überhaupt nicht unsinnig, warum er Dolph Zika zum Beispiel hintergangen hat oder so halt, aber naja, egal. Ja, das war das Tag-Team-Match bei SmackDown im Main-Event, was wir dann gesehen haben. New Day feiern und Kofi als Champion, das ist eine durchaus gute Sache, mal sehen, wie es jetzt weitergeht, mal sehen, wie er gedraftet wird und wie die Roster-Aufteilung nächste Woche verläuft. Sam, die Selden waren auch beim Main-Event dabei. Genau, es kam kurz raus, hat gesagt, oder hat gar nichts gesagt und hat dann gesagt, ja, ihr seid es nicht wert, ist dann wieder abgehauen, also auch wieder die Heal-Darstellung hier, nichts soweit Großes. Wer hat das zuletzt gemacht und ist dann mit ganz, ganz groß rausgekommen? Ähm. Haben wir gerade drüber gesprochen, Ach genau, Dolph Zikler war es, ne? Ah ja, vor einem Jahr ungefähr, stimmt, riesen Storyline, hat wunderbar gefunktioniert. Mal sehen, wie es mit unserem guten Sami Zayn weitergeht. Ähm, war quasi auch hier einfach noch nur mal, um das zu zeigen, ne? Um einfach einen kurzen Spot zu geben, aber das ist ja auch sehr viel Verwaltung, bis jetzt dann nächste Woche die Karte aufgeteilt werden. Es gab ein weiteres Tag Team Match, Ricochet, Alistair Black und Ali traten an gegen Naka, Rusev und Andrade. Ähm, Ali holt sich den Sieg für sein Team, das war aber ein bisschen Chaos, da hat man ganz, ganz viel reingebuckt. Erstens, Randy Orton kommt mit dem RKO angesprungen gegen Ali und dann kommt noch Kevin Owens raus und Stunt Rusev einfach so. Also, ähm, ja, Chaos kann man das nennen. Ja, zumindest nach dem Match. Das Match war natürlich vollkommen in Ordnung, möchte ich gar nicht drüber groß meckern, aber ich möchte jetzt einfach erwähnen, ich gucke da auch gar nicht mehr groß hin, weil es ist eh einfach nur ein Abgespule von ewig den gleichen Moves, die jede Woche, Woche für Woche wiederholt werden. Jeder der sechs, durfte mal seinen Trademark-Move zeigen, jeder durfte sich mal irgendwie, äh, schön posieren und sowas halt. Das ist halt wirklich jede Woche das Gleiche. Ihr müsst euch mal wirklich die Matches angucken von Woche zu Woche, und dann einfach mal hintereinander. Das ist eins zu eins wirklich identisch. Ich meine, das möchte ich jetzt auch nicht die BWEs das groß kritisieren, weil die haben halt eine fette Scheule und können jetzt nicht jedes Match einzeln groß vorbereiten und so. Das sehe ich eigentlich gerade jetzt bei so unwichtigen, ja, Wochenschau-Matches oder sowas halt so. Aber deswegen kann ich es auch keinen Fall übeln, der einfach sagt, hör mal so, die Matches, die kann ich auch einfach durchskimmen. Und übrigens Jobberphone. Jobberphone. Ja, so sieht es aus. Ein weiteres Tag-Team-Match, also quasi hier einfach Showcase für Kevin Owens, Showcase für Randy Orton. Die hat man hier einfach in die Show gebracht. Total ohne Zusammenhang, ohne Grund hier, warum der eine den anderen angreift. Es ist halt einfach eine Wrestling-Show und da geht man dann davon aus, dass der eine oder andere mal verkloppt wird. Ähm, ja, so und nicht anders. Nächste Woche dann quasi hier, äh, die wahren Zuhause wieder, die aufgeteilt werden für Kevin Owens, für Randy Orton und so weiter, auch für Sami Zayn. Ähm, genau. Und bis dahin haben wir hier eben noch Chaos gesehen. Ein weiteres Tag-Team-Match gab es dann zwischen den Usos und den Hardy Boys. Und zwar ging es hier um die SmackDown-Tag-Team-Champion-Titel. Im Laufe des Matches, ähm, kam dann so ein bisschen bei mir der Eindruck, als ich das gesehen habe, ja, das ist ja schon so strukturiert, als müsste das auf einen Titelwechsel hinauslaufen. Vor allem, als dann die Big Moves natürlich von den Usos kamen, ähm, dachte ich dann schon, okay, wechselt jetzt der Titel, bringen sie hier den, hier den, äh, Change. Und tatsächlich, es wurde so umgesetzt, die Hardys setzen sich durch und gewinnen die Titel der Usos hier. Björnster ist zurück, wir sind gerade bei den Usos und, äh, den Hardy Boys. Wie fandest du denn den Titelwechsel hier? Ähm, achso, jetzt hast du natürlich Alistair Black so schon abgearbeitet, oder sowas halt, ne? Was wolltest du denn dazu noch sagen? Ich möchte nur eins dazu sagen, ja, wenn du in der Tag-Television, egal ob er Smackdown oder auch angekommen bist, ich glaub, dann ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Ich mein, man muss ja einfach mal sagen, was in Alistair Black und Ricochet, ja, die letzten zwei Wochen für Opportunities hatten, ja, und am Ende mit leeren Händen dastehen und aussehen wie Deppen, während andere Leute unverdient, wozu ja gleich kommst, ein Titelmatch bekommen und einfach so auftauchen und dann auch ihren Good-Fill-Moment bekommen, ist ja schon einfach sehr, sehr traurig. Und auch wenn man hier einen Shinsky-Nakamura wieder sieht oder einen Rusev und auch einen Andrade, da ist ja so viel Potenzial drin, aber das ist halt, naja, wenn halt nichts geplant wird mit den Leuten, dann werden sie halt einfach in Tag-Teams geparkt und dann bist du quasi in Niemandsland angekommen und bevor es da nicht irgendwelche Pläne gibt, bist du halt einfach, ja, einer von ganz vielen. Und das ist halt auch mittlerweile Alistair Black und Ricochet, auch wenn ich die letzten Wochen gelobt habe, weil sie ja teilweise ihre Sachen gewinnen durften und sowas halt so, aber am Ende stehen sie nach der Mania-Woche ja, mit leeren Händen da und sind nur einer von vielen und ja, auf der anderen Seite haben wir dann halt die Hardy-Boys. Ich meine, ey, ich weiß, ich werde mich jetzt wieder richtig unbeliebt machen bei vielen Leuten da draußen, weil ich natürlich auch weiß, wie beliebt die Hardy-Boys sind und sowas, ja, aber, hey, die haben wir quasi zwei Jahre lang nicht gesehen. Da sind die vor drei Wochen aufgetaucht, haben ihr Match verloren, haben ihr Match gewonnen vor zwei Wochen, haben sie ihr Match verloren und das ist jetzt der Grund, warum sie jetzt ein Titel-Match bekommen und die haben nämlich die Champions besiegt oder so, sie haben nur bei ihrem ersten Comeback-Match vor drei Wochen eine Bar besiegt, letzte Woche gab's, oder vor zwei Wochen gab's dann diesen No-Contest da halt so, ja, und jetzt kriegen die einfach ein Titel-Match und dürfen auch die Titel gewinnen und dann frage ich mich, wozu bauen wir denn eigentlich Alistair Black und Ricochet über Wochen auf und machen eine Storyline, dass sie jedes Mal knapp die Titel nicht bekommen und sowas halt so, damit sie am Ende von Mania wirklich wie die letzten Deppen ausstehen und andere Leute kommen halt einfach nach zwei Jahren mal wieder quasi angeflogen und sagen, hallo, hier bin ich übrigens und ja, Tag Team Champions wäre gar nicht schlecht, aber wir brauchen unbedingt nochmal einen Push, weil das bringt uns ganz, ganz groß raus. Ich hab ne ganz, ganz wichtige Frage an dich. Was hat dir dein Tisch eigentlich getan? Wir sollten die Reviews mit Cam aufnehmen, dann seht ihr, wie ich hier auch dabei am Giskokulieren bin und du misst das wirklich eine anstrengende Aufnahme und nach der Aufnahme bin ich durchgeschwitzt und kann erst mal duschen gehen, weißt du? Du bist es doch gewohnt, deinen rechten Arm zu bewegen, hör mal. schon bemerkt, wo ich immer noch frage, wo die Mysterien Sounds herkommen. Ich kann nur sagen, von mir sind sie nicht und ich und Noah Tant werden jetzt auf die Suche gehen, wo das herkommt. Ich kann euch auch ganz sicher sagen, von mir kommen sie auch nicht. Mal sehen. Es ist auf jeden Fall höchst spannend und ein Fall für Forensic Files. Oder so, oder so. Mal sehen. Ja, wenn ihr die wieder hört, mysteriöse Störgeräusche und Stöhngeräusche, die Störgeräusche sind, dann lasst es uns wissen. Das ist schon eine ganz, ganz eigenartige Sache. Ich kann mir das nicht erklären. Die Usos verlieren jetzt hier die Titel gegen die Hardy Boys. Das Match ist so strukturiert, dass man den Titelwechsel schon ahnen konnte. Usos und Hardy Boys, das ist eine definitiv coole Paarung. Jetzt hat man hier neue Tag Team Champions. Eine interessante Sache. Ich verstehe das schon, dass man den Hardys hier die Titel gibt. Natürlich mit wenig Backing und wenig Hintergrund aus dem Nichts quasi hat. Die Halle hat es ja auch gefeiert. Das macht ja gar nichts dagegen. Ich meine, die Reaktionen waren ja gut gewesen und sowas halt so. Aber nur weil die Leute jetzt in der Halle ja feiern, es geht ja, also ich meine, es wird auch genug Leute gegeben haben, die das Haus vom Fernseher gefeiert haben, weil sie Hardys-Fans sind und sowas halt. Aber für mich muss sowas aufgebaut sein. Das kommt halt wieder out of nowhere und das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Und das werde ich halt immer und immer und immer kritisieren, wenn es halt auch meinen Liebling betrifft. Also ich meine, wenn Samoa Joe jetzt halt so die letzten Wochen nur auf die Fresse bekommen hat, ja, und okay, es ist ja gerade US-Champion, ja, aber die Titel können wir immer weglassen halt so und auf einmal out of nowhere auf einmal Bockletzner eine Minute weg squashed, dann werde ich das auch kritisieren. Das muss man mir auch einfach lassen. Willst du vielleicht auf ein Kissen hauen oder so? Dann ist die Tonspur wenigstens brauche, dann können wir die doch hochladen heute. Das Problem ist, ich muss einfach mal ein Mikrofon ab, mal wieder diese komische Polster runter machen. Früher habe ich das ja auch schon gemacht, das ist mir nicht so aufgefallen. Mein Mikrofon habe ich umgebaut und mir habe ich die Polster weggelassen. Anscheinend tun sich die Vibrationen dann doch sehr stark aufs Mikrofon übertragen. Trotz Spinne, nie Glück. Wo wir gerade bei Vibrationen sind, Bad Vibrations gab es danach von Lars Sullivan, der nämlich die Hardys dann ordentlich weggehauen hat. Bei Raw hat er schon den Legend-Killer gemacht und hat Kurt Angle abserviert. Jetzt hat er hier den Hardys gegeben. Ja, das Monster, was rauskommt, böse guckt und dann Legenden wegfrühstückt. Ja, krasse Nummer halt so. Naja, gucken wir mal, wann er zum ersten Mal was zu sagen hat und uns dann mitteilt, warum er das denn tut und was er denn gegen Kurt Angle oder die Hardy Boys hat. Vielleicht möchte er einfach nur beweisen, dass die jungen Leute ja doch alle fitter sind und statt die ganzen alten Säcke. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht ist er einfach nur ein Schisser und hat sich gedacht, ne, nimm mir erstmal die alten vor, bevor ich von den Jungen auf die Fresse kriege. So in etwa, ja. Ist natürlich überspitzt jetzt ausgesagt halt so, aber ne, prinzipiell, die Auftritte sind okay. Ich meine, ich mag hier auch Big Mans und sowas halt so und ich gebe ihnen auch eine Chance und sein Flying Headbutt ist natürlich schon ziemlich krass, muss ich sagen, wo ich hoffe, dass er irgendwie nicht zu oft auf seinen Kopf fällt, weil so intelligent sieht er jetzt ja schon nicht aus und ich weiß nicht, ob so viele Gehirnerschüttungen ohne gut fürs Gehirn war. Definitiv nicht. Ähm, prinzipiell ist natürlich schon ne imposante Kerl, der Typ halt so, ja, auch wie er aussieht und sowas halt so, der ist jetzt nicht der, da ist Bornstormin das liebe Monster, dafür sieht er auch ein bisschen aus wie das böse Monster und da kann ich natürlich verstehen, dass Vince McMahon den so ein bisschen abfeiert. Ähm, ja gut, das muss man natürlich erstmal warten, bis der natürlich ein bisschen charaktertief und so bekommt. Kannst dir das vorstellen. Guter Witz, jo. Ja. Oder er tut halt einfach der nächste halbe Jahr rauskommen und einfach Leute verprügeln. Ich meine, das kann man natürlich auch einfach machen als Aufbau, ist auch okay. Ja, mal sehen, wie es mit Lars Sullivan weitergeht. Das zu seiner Persönlichkeit, ähm, ja, erinnert schon sehr, sehr stark an Braun Strowman und wird dann wahrscheinlich auch wie Braun Strowman mit ganz, ganz vielen lokalen Talenten aufgebaut. So, bei WrestleMania hat Braun Strowman übrigens die Andre the Giant Memorial Battle Royal gewonnen. Äh, das nochmal so auf dem Schirm haben. Achso, und damit hat er jetzt was verdient sich? Hat er jetzt nicht irgendwie einen Riesenspot damit verdient oder so? Ach nee, dann würde Evoi Womble ja vielleicht noch spannend werden, ne? Er hat sich mit, ähm, mit Samoa Joe angelegt in einem Segment, in dem nicht nur der Andre the Giant Memorial Battle Royal Sieger, sondern auch die Women's Battle Royal Siegerin Carmella zu sehen war. R-Truth und Carmella kommen raus, melden sich bei Smackdown. Carmella ist stolz, denn sie hat schließlich diese Frauen Battle Royal für sich entscheiden können. Äh, die beiden haben wahrscheinlich gerade wieder... Ein anderer den Giant am Ende rausgeschmissen, habe ich gelernt in dieser Promo. Mhm. Ach nee, hat nur R-Truth gedacht, ne? Ja. War lustig, ja. Ach komm, der war wirklich lustig, also da musste ich wirklich kurz schmunzeln, aber R-Truth... Echt? Ja, also ich tue ja selten über Comedy-Sachen schmunzeln halt so, aber R-Truth, ich meine, das ist halt sein Gimmick so ein bisschen auch verpeilt zu tun und dann ist es ja auch in Ordnung, solange dann im Rigen halbwegs, ähm, ja, wieder ernsthaft dargestellt wird und das wurde ja normalerweise gemacht halt so, wenn er nicht gerade als Mega-Jobber dienen muss. Ja, ähm, finde ich ganz interessant, wie dich das, äh, unterhält. Ja, R-Truth, der hat schon so ein, so ein, so ein verpeiltes Charisma, das kann der schon gut, das stimmt. Ähm, ja, wo wir gerade bei Andre the Giant sind, der Andre the Giant Memorial Battle-Royal-Sieger hat dann den Unterbrecher dieses Segments abgefertigt. Samoa Joe kam raus, hat R-Truth weggehauen, äh, und bekommt dann von Braun Strowman auf die Fresse. Ähm, völlig eigenartig wiedergebuckt, hat mich so ein bisschen an das, ähm, Tag-Team-Match erinnert, nachdem, ja, dann, Randy Orton rauskam, Kevin Owens rauskam und der Zusammenhang nicht so wirklich erkenntlich war. Jetzt hatten wir hier einfach Samoa Joe und der hat ja noch ein bisschen was mit R-Truth zu tun gehabt, hat ihm ja den US-Titel abgenommen, aber dann eben Braun Strowman, der eigentlich bei Raw irgendwie, äh, unterwegs ist und jetzt hier dann bei SmackDown auf einmal Samoa Joe mit Samoa Joe sich anlegt. Ja, interessant. Ja, ähm, ja, wie gesagt, mit A2's, die Verbindung ist da, mit Samoa Joe natürlich noch nicht, ähm, wenn das natürlich jetzt alles der Aufbau ist und jetzt Braun Strowman ist nächste Woche rauskommen beim Shake-Up und sagt so, hör mal, äh, warum auch immer, dieser Samoa Joe, der geht mir auf den Sack und ich möchte unbedingt so SmackDown, damit ich mit den Typen vorknopfen kann und man das als kleine Mini-Story aufbaut, dann möchte ich da gar nicht drüber gemeckert haben, aber ich befürchte, das wird man einfach nicht tun und, ähm, von daher war es halt einfach nur, okay, wir lassen Samoa Joe sagen, dass er sich mit jedem anlegt und wem haben wir den, wovor er Angst haben könnte, okay, dann schicken wir einfach Braun Strowman raus, aber der ist doch gar nicht bei SmackDown, egal, wir haben, New York ist eh vollkommen wurscht, schicken wir einfach raus. Ja, so läuft das dann wahrscheinlich. Samoa Joe gegen Braun Strowman, ist das eine Paarung, die du abfeierst? Ähm. Das sind ja wirklich zwei deiner Mid-Favorites, Das sind zwei meiner Mid-Favorites und ich glaube, das könnte auch ein sehr, sehr interessanter Splash werden, ähm. Splash? Von wem? Ja, also Splash, der, also im Ring irgendwie sie aufeinander treffen, halt so, ja, also, ähm. Clash meinst du? Äh, Clash, ja, natürlich, ja, egal. Großartig. Äh, ja, aber ich glaube, das größte Problem an der Sache ist, ich hätte damit gar kein großes Problem, wenn Samoa Joe jetzt ein halbes Jahr lang dominierender US-Champion wäre und alles weggebolzt hätte und dann kommt ein Braun Strowman ran und will sich vielleicht auf die Jagd dieses Titels machen und, ich befürchte halt einfach, wenn ein Braun Strowman gegen Samoa Joe antreten wird, dass Samoa Joe das Ding wahrscheinlich auch ziemlich schnell wieder droppen wird und dafür ist es halt einfach viel zu früh. Dann wird der Drops gedroppt. Wenn er ein halbes Jahr so dominierend dargestellt werden würde und dann eine Niederlage gegen Braun Strowman kassiert, kann man das mit Sicherheit machen, wenn es natürlich die erste große Herausforderung Braun Strowman ist und er den US-Titel wieder droppen muss, dann ist halt Joe wieder da, wo er auch schon die letzten zwei, drei Jahre war. Ja, also ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Paarung ist, die zu bucken, denn egal was passiert, du wirst dich darüber aufregen, dass der andere verloren hat. Mal sehen. Wird auf jeden Fall eine, wenn es passiert, durchaus interessante Paarung, zumindest ringerisch. Und damit gehen wir zu dem wirklich relevanten, was bei Smackdown passiert ist. Und zwar haben wir die Iconics gesehen. Entschuldigung, die Iconics. Und immer wenn ich das sage, dann vermisse ich Jay hier in dieser Review wieder. Die melden sich als Smackdown oder bei Smackdown als Frauentag dem Champion Titel. Ne, nicht als Titel, aber immerhin als Champions. Sagen sie, sie sind Fighting Champions. Christian und Carissa waren ihre Gegner, Brooklyns Own. Lokal-Matadoren, die hier natürlich gegen die Iconics sich dann hinlegen. Ich frage dich, wo ist hier ein wrestlerischer Fehler gewesen? Wo haben die Iconics dich hier jetzt nicht wrestlerisch überzeugt? Das war großartig. Die haben hier einfach zwei Gegner sowas von weggehauen. Ey, das war ein beeindruckendes Showcase. Come on, das war iconic, sag ich dir. Das sind würdige Champions. Das war ein 3-Minuten-Match, wo vier Moves ausgeführt worden sind in diesem ganzen Match. Und die Talents, die aus Brooklyn kommen sollten und angeblich eine 54-0 Streak besessen haben und damit wir quasi einen Streakbruch gesehen haben an diesem Abend, holy shit, Alter, ich meine, wer hätte das erwartet, haben gegen diese BWE Championness auf jeden Fall nicht ringere schlechte ausgesehen. Das möchte ich einfach mal ganz klar hier erwähnen. So viel zum Talente Iconics. Ja, prinzipiell muss ich sagen, klar, sie sind jetzt Champions, ich muss mich damit ja anfreunden, also ich meine, ich kann natürlich jetzt jede Woche sagen, ich will nicht als Champions haben, ich bin das doof. Das ist auch grundsätzlich meine Meinung, aber ich muss natürlich mit dem leben, was wir jetzt haben, also sie sind jetzt Champions, also sollen sie auch so dargestellt werden und sie sind Heal-Championess und sich jetzt hier als Fighting-Champions darzustellen wie alle anderen und das natürlich dann so ein bisschen zu parodieren, indem man dann halt so ja, Ortstalente rausholt und die wegsquasht. Das können sie ja jetzt von mir aus irgendwie zwei, drei Wochen machen, wobei ja Paige schon angekündigt hat, dass sie ja nächste Woche dafür sorgen wird, dass bei Smackdown neue Tag-Teams auftreten werden und da habe ich eigentlich eine Frage, wann darf das eigentlich Paige bestimmen? Paige hat sich... Ich dachte, die hat keinen GM-Job mehr oder hat man das jetzt einfach wieder hingeschmissen und ist jetzt wieder GM? Gute Frage, kann ich dir auch nicht so richtig beantworten. Paige hat sich auf jeden Fall Backstage gemeldet und hat gemeint, jo, nächste Woche werde ich hier ein Tag-Team an den Start bringen, was definitiv Potenzial hat, neue Women's Tag-Team Champions zu werden und das ist, denke ich, gar nicht so auf die GM-Rolle fokussiert, sondern eher als Manager gedacht. Also Paige wird die wahrscheinlich als Manager einfach ankarren und wird dann Manager von einem neuen Tag-Team werden. Jetzt bin ich sehr gespannt, was das dann auch sein wird. Dann müsste ich sagen, okay, dann habe ich das vielleicht falsch aufgefasst halt so. Für mich hat das so geklangen, als ob sie quasi hier auch von der Matatorin angesprochen worden ist, quasi als diejenige, die jetzt quasi als offizielle Person was dagegen tun müsste und dann habe ich mich halt gedacht so, hä? Ich sage doch, Paige ist entlassen, also was ist entlassen, also so ein bisschen im GM-Job entlassen und die McManns machen jetzt auch alles und sowas halt so, aber naja. War aber mal ab, vielleicht wird ja diese Logik-Lücke dann doch nächste Woche geschlossen und es kommt tatsächlich ein neues Tag-Team, wo Paige dann als Manager auftritt. Ich bin sehr gespannt, ich glaube eher, sie wird wahrscheinlich dann hier nächste Woche in diesem Shake-Up irgendeine offizielle Rolle übernehmen, wo dann gesagt wird, die McManns, sag mal, guck mal, übernimm das mal für die Woche, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht halt so, aber es war schon sehr verwunderlich, dass sie auch die Interviewerin halt so, für mich so dargestellt hat, als ob Paige was offiziell zu sagen hätte. Ich bin sehr gespannt, ich glaube aber schon, dass man sie jetzt als Managerin einsetzt, das ist ja auch durchaus was, was sie machen will, hat sie in Interviews gesagt und was sie auch definitiv liegen könnte, müssen wir mal schauen. Welches Tag-Team holt sie denn hier? Wird der wahrscheinlich irgendwas von NXT sein? Kann ich mir zum Beispiel das vorstellen. Ich würde ja am besten zu ihr passen, auch als selber NXT-Talent und sowas, dass sie sich jetzt da irgendwelche jungen Talente quasi holt und die nach oben holt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht und ich bin auch ganz ehrlich, die Tag-Team-Division bei NXT, die Frauen-Division ist jetzt klar, wir haben ja noch zwei, drei Top-Namen mit Carrie Zayn und sowas halt so, aber dort jetzt einfach nochmal zwei Leute wegzuziehen und so, das würde auch NXT wieder noch mehr wehtun und ja, die Leute, die ich glaube, die von NXT hochkommen könnten, also eine Shayna Baszler, irgendwann mal halt so, wenn sie ihren Titel verliert und sowas hat, wäre halt jetzt aktuell nicht möglich zu früh und würde halt auch überhaupt nicht zur Page passen. Von daher, ich habe keinerlei Ahnung. Ich bin wirklich, ich habe keinen Plan. Vielleicht ist es ja irgendwas von NXT UK, weil ja die gute Page auch aus England kommt, also UK wäre da vielleicht eine Connection, aber ja, ja, also bei NXT UK, da gibt es ja sicherlich auch einige gute Damen, Rhea Ripley zum Beispiel, sehr großartig, aber ob man da jetzt was bringt, auch eine Frage, ansonsten sehe ich halt bei NXT wirklich keine Dame jetzt so direkt, die man hochziehen könnte, in der Kombination von einem Tag Team. Also man könnte natürlich hier die Shayna Baszler, Jessamyn Duke und Co-Connection bringen, halte ich eher für, und Marina Schafir natürlich, halte ich eher für ausgeschlossen, weil das, wie du sagst, halt nicht zu Page passt. Ansonsten, Yoshirai und Kairi Zane, wäre das was? So das Japaner Tag Team, das wäre halt auch so mit Page in Kombination eher eigenartig, was den Look angeht, aber... Ich wollte gerade sagen, was sollte da Page dann für eine Rolle übernehmen? Sollte das Sprachrodern sein und was ist dann die Verbindung zu den beiden, dass sie sagt, so, okay, das sind jetzt meine Auserwählten und sowas halt so und warum sollte das Carrie Zane und sowas auch wollen? Also das sehe ich halt nicht so wirklich halt so. Klar, die Verbindung zu NXT okay, hast du ja angesprochen halt so, aber auch die Leute, die dort rumlaufen, klar, die Rhea Ripley, aber die ist auch, meines Erachtens, viel eher eine Single-Wesslerin oder auch eine Toni Storm, die ja noch genug dort zu tun hat und sowas halt so. Ansonsten könnten sie natürlich irgendwie, klar, der Toni Storm würde natürlich passen und könnten sie sich über Kameraarbeit unterhalten oder so, ich weiß es nicht. Ja, also irgendwie sowas, da bin ich sehr gespannt drauf. Page ist ja auf jeden Fall am Mikrofon, ja, nicht verkehrt und von daher, wieso nicht mal als Managerin probieren? So, kommen wir jetzt zu einem weiteren weiblichen Superstar und zwar Becky Lynch. Sie feiert nach WrestleMania mit beiden Titeln, wie bei Raw. Sie blickt auf die Attacke von Evans letzte Nacht zurück und wird dann noch mal von Evans attackiert, die ihr wieder eine runterhaut. Das war dieses Mal, aber finde ich, nicht mehr so stark präsentiert wie letzte Nacht beziehungsweise wie bei Raw, denn das sah so aus, als hätte Lacey Evans hier einfach eine runtergehauen und Becky Lynch nickt das so weg. Also, weiß ich nicht. Ja, es ist natürlich die Frage, also, ob das natürlich auch das erste Programm sein soll für Becky Lynch jetzt nach dem großen Triumph bei WrestleMania, ob Lacey Evans wirklich dann die, die quasi die erste sein sollte, die, ja, eine Titelchance auf einen von beiden gönnen oder auf beide oder wie auch immer bekommt. Ich bin ja eh sehr gespannt, wie man das langfristig lösen möchte, dass Becky einen Titel wieder droppt, ohne den anderen zu droppen und so. Ich bin ja gespannt, wie man das umsetzt, ohne Lubeglück aufzuwerfen und sowas. Ja, Lacey Evans wird natürlich die letzten Wochen präsentiert und es sieht so aus, ob man jetzt hier die Fede mit Becky aufbaut. Problem ist, ich glaube nicht, dass das groß zünden wird, weil, also, wenn Lacey Evans nicht in den letzten halben Jahr sich um 500 Prozent gesteigert hat, dann wird das wesslerisch mit Sicherheit nicht so überzeugend werden und ich glaube auch nicht, dass dann diese, naja, Fede so überzeugend wird und nach diesem Horten-Programm ist natürlich auch für Becky echt schwer, ja, was, was, äh, zum Fortsetzen zu finden, was irgendwie annähernd natürlich an diesem Programm vorher rankommt. Ich meine, wir wissen halt auch nicht, was jetzt mit Wanda Wause ist, ob sie wirklich so hundertprozentig immer weg ist und sowas halt, weil dieses Fuck-Finish von Wesley May, da lässt sich auch noch viel offen, da könnte man ohne Probleme noch ein Rückmatch machen oder irgendwas halt so. Ich hab keine Ahnung, momentan sieht es natürlich ganz klar nach Lacey Evans aus, ob uns das alle hypen wird und ob das das Programm ist, was Becky Lynch jetzt als Doppel-Champion am Anfang gerecht wird, lasse ich mal dahingestellt. Wir sind gespannt. Der Superstar-Shake-Up wird uns da wahrscheinlich noch mehr die Augen öffnen, kann ich mir vorstellen, wie in vielen Zusammenhängen und so kommen wir zum letzten Segment, was wir hier noch für SmackDown haben, denn der Best in the World, Shane McMahon, hat The Miz bei WrestleMania besiegt und kam dann hier raus, hat sich gemeldet als Best in the World mit dem Best in the World-Pokal mal wieder und dieses Segment tatsächlich hat mich ein bisschen daran erinnert an die Segmente von Shane McMahon nach Crown Jewel einfach. Er hat hier Heat gezogen, hat über den Vater von The Miz gelästert und sagt, dass er der Best in the World ist, ruft den Ringsprecher Greg Hamilton in den Ring und zwingt ihn, Best in the World ordentlich anzukündigen, also so mal richtig ordentlich, das tut er dann zehnmal, bis Shane endlich zufrieden war. der respektlose Shane McMahon hier in der Darstellung, ein Segment, was ich sehr grausam fand, muss ich sagen. Ja, ein McMahon, der halt ein McMahon spielt halt so und das haben wir halt die letzten 25 Jahre halt zu oft gesehen, halt so, dass das auch irgendwie irgendeiner aus dem Keller hervorholt und sagt so, aus dem Keller? Ja, ich muss jetzt unbedingt raus in die Welt, in die Halle und mir ein Ticket kaufen, um Shane McMahon zu sehen, halt so. Ja, das Segment hat selber halt schon, ich meine, da stellt sich halt der, ich vergesse mal den Namen von dem komischen Ringsprecher da halt, so, ich hab keine Ahnung. Greg Hamilton. Greg, einfach Greg. Hamilton, Hamilton kann ich mir merken. Der Formel-1-Fahrer Hamilton, ja, der sich dann da hinstellt und sagt, ja, sorry, ich wurde aber draußen von den Fans bedroht, dass, wenn ich jetzt weiter sage, dass du best in the world bist, dass ich dann eine Fresse kriege oder was und davon lässt er sich beeindrucken als offizielle Person oder was. Das fand ich auch schon sehr, sehr merkwürdig und dann hat das auch alles so lang gezogen und ich weiß auch gar nicht, warum er ihn vorne zum Entrance gezogen hat, um es da nochmal zu hören, ja, es sollte Heat auf Shane McMahon ziehen, so richtig gezündet hat's bei mir jetzt aber nicht. Ja, und ich fand's auch so, ich hab mich einfach nur genervt, ich hab mich auch einfach nur genervt und einfach nur gedacht so, oh, come on, bis zum nächsten Segment, ich hab verstanden, was du mir beteiligen möchtest, was, Ja, ähm, war tatsächlich vom ganzen Showcase etwas eigenartig, aber das eben zu Shane McMahon, ähm, jetzt gibt's ja diese These von, hab ich ja gestern mal in den Raum gestellt, wurde dann in den Kommentaren diskutiert, dass die McMahans hier als Heels Stable antreten, ähm, im, in Folge von WrestleMania, siehst du das als realistischer, man hat ja hier einfach nur einen Übergang gebracht, der vielleicht sogar schon so ein bisschen auch darauf hindeutet, weil Shane einfach Heat gezogen hat nochmal, einfach versucht hat, hier Heat zu generieren, ähm, was, was bringt man denn als Haupt-Storyline jetzt in den, in den nächsten Wochen diesbezüglich, weil irgendwas muss ja jetzt kommen, auch mit der Darstellung von Vince McMahon in der letzten Zeit, der dieser grenzdebile Typ war, der den Fans dann eben doch nicht gibt, was sie wollen, irgendwas wird man da, glaube ich, aufbauen. Ja, ich meine, da hätte man natürlich nächste Woche wunderbar eine Möglichkeit für, indem die McMahans sich in die Haare kriegen, wie jetzt War und Smackdown aufgebaut wird, wer wohin gedraftet wird, wie auch immer. Ich meine, man hat die letzten Wochen ganz klar Triple H und Steph ja ganz klar auf die Face-Seite positioniert und Shane vor allen Dingen, aber auch Vince mit seinen Auftritten, der dann halt immer genau das gemacht hat, was die Fans natürlich nicht wollten, auf die Heer-Seite positioniert und daher könnte man natürlich was Schönes, Passendes aufbauen. Ja, so mäßig so Triple H und Stephanie möchten die McMahans ablösen, wie auch immer. Also ich denke auch, dass sowas kommen wird Richtung Summerslam und ja, nächste Woche wäre natürlich die Möglichkeit, es eigentlich anfangen auch vor den TV-Kameras richtig aufzubauen, dass die vier sich ja vielleicht dann doch nicht so einig sind, wie sie bis jetzt getan haben. Weil schließlich hat ja auch Vince McMahon einige Entscheidungen von Triple H und Stephanie McMahon einfach rückgängig gemacht gegen ihren Willen und sowas halt so. Das muss natürlich irgendwann auch mal aufgegriffen werden und davon gehe ich auch stark aus. Yes, das können wir erwarten für die nächste Woche. Ich bin schon sehr gespannt auf Raw und Smackdown nächste Woche mit dem Superstar Shake-Up und auch auf eure Review Team Edeltoaster meldet sich zurück. Jetzt aber noch zum Schluss euer Fazit ganz genau zu Smackdown. Stimmt rechts oben ab, wie ihr die Show fundet und Björn, du kannst es auch mal raushauen. Wie fandest du denn Smackdown insgesamt? Ja, nachdem Raw ja gestern eine halbwegs gute Raw-Show war, aber halt für War After Mania schon ein bisschen lau, war das hier ziemlicher Absacker, muss ich sagen. Also ich habe mir viel mehr versprochen von Smackdown After Mania, am Ende haben wir Tag Team, Tag Team, Tag Team und Tag Team Match bekommen und wir haben einen Tag Team Wechsel bekommen und das war das große, was hängen bleibt von diesem Abend und alles andere war halt vollkommen irrelevant, weil man halt auch einfach auf dieser Schiene ist, okay, wir müssen eh nächste Woche alles ändern und von daher können wir jetzt noch nichts Großes Neues aufbauen und ganz ehrlich, also von allen Shows am ganzen Wochenende, wenn ihr das noch nicht gesehen habt und ihr wollt das alles noch nachholen und so, Smackdown könnt ihr euch wirklich sparen. Ja, also es waren einige definitiv unterhaltsame Punkte dabei, Kofi als WWE Champion das ist schon eine sehr, sehr geile Sache, das wertet die ganze Thematik und ganz Smackdown auch auf, kann man nicht anders sagen und generell The New Day, wie hot die wieder geworden sind, das ist schon beeindruckend, ansonsten war das hier tatsächlich eine verwaltende Show, bis dann nächste Woche der Superstar Shake Up bevorsteht und das wird auf jeden Fall interessant. Und warum war War After Mania und Smackdown After Mania auch nicht so doll? Weil wir natürlich auch keine großen Debüts hatten und sowas halt so, weil wir die natürlich alle vor ein paar Wochen schon reinschmeißen mussten, die ganzen NXT Stars, mit denen man ja auch extrem viel gemacht hat jetzt die letzten Wochen und die extrem wichtig waren auf dieser WrestleMania Card und man hätte sich jetzt auf gar keinen Fall aufsparen können für diese Shows hier oder so, also sorry. Ja gut, ob die jetzt hier kommen oder vor einigen Wochen, das ist mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht einfach nur Debüts bei Raw After Mania, weil da Debüts sein sollen. Ja, aber die gehören ja auch dazu halt. Das Problem ist halt, dass man diese Debüts halt so einfach die letzten Wochen schon weggeschmissen hat und so. Ich meine, sowas wie Alistair Black und Ricochet, hättest du die jetzt bei Smackdown debütieren lassen, dann hätten wir da, auch hätten wir das auf jeden Fall gefeiert. Und seien wir mal ganz ehrlich, also das Programm, was Ricochet und Alistair Black die letzten Wochen hatten, wenn man sieht, was da rausgekommen ist, hätte man sich also komplett sparen können und dann hätte man was Schönes gehabt für Smackdown After Mania. Monate fast präsentiert. Man hat ihnen Spots gegeben. Was hat man präsentiert? Man hat präsentiert das Ricochet. Erstmal, wer die sind. Das ist ja erstmal relevant. Wer sind das? Die können super wesseln. Okay, Alistair Black kann sich super im Ring hinsetzen und Alistair Black kann super aus seinem Sarge aufstehen bei dem Entrance. Das ist das Einzige, was wir doch wissen über die beiden. Wir wissen doch gar nichts über die. Charakterlich sicher nicht. Who the fuck ist Alistair Black? Ja, das ist ein Typ, der jedes Mal beim Entrance aus dem Sarge aufsteht, zum Ring geht, sich dort hinsetzt, sein Black Mass verteilt und dann geht er wieder. Ja gut, aber das ist ja bei Braun Strowman das gleiche. Wer ist denn Braun Strowman? Das ist ein Monster, der Autos kaputt macht und weiter. Ja, das große Problem in WWE. Und wer ist Becky Lynch? Gut, Becky Lynch hat wahrscheinlich noch am meisten Charakter. Lass sie. Ja, aber das ist halt die Main-Roster-Krankheit. Keine Frage, aber der Grund, warum man die jetzt schon gebracht hat, ist einfach sie vor WrestleMania immer wieder zu featuren, aufzubauen, ihnen Spotlight zu geben, on TV besser als off TV und diese Namen zu etablieren, vielleicht beim einen oder anderen Zuschauer den Wow-Effekt zu haben, als wenn Ricochet da rumspringt und jetzt hat man halt den Superstar Shake-Up und dann wird man die in die Richtung bocken hoffentlich, mit ganz, ganz viel Hoffnung sage ich das jetzt einfach und dann gibt es hier was Schönes im Endeffekt zu sehen. Eine schöne Storyline. Ricochet mit einer Fede gegen Rey Mysterio oder so. Bitte einmal die letzten drei Sätze von Perky speichern und in einem Jahr nochmal vorspielen, bitte. Dankeschön. Genau das gleiche wie mit den Bludgeon Brothers, ne? Das sehen wir auch ganz gut. Ja, genau, habe ich auch noch gehört im Nachhinein, dass ich Wundkasten verloren habe oder so, aber ich habe gehört, der Tobi will nur Milch haben, dann geht das ja noch. Ja, Milch. Die Milchpreise sind ja nicht so teuer. Ja, leider die armen Bauern. Ja, ähm, wo wir gerade bei armen Bauern sind, die ganzen NXT-Talente, die jetzt hochgezogen werden. Die können einem schon leid tun. Ähm, ja. Krasses Leben. Ähm, ich muss halt dazu sagen, ich bin ja auch ein krasser Optimist, also ich will halt einfach, dass das gut läuft, deswegen mache ich immer solche gewagten Predictions, dass die nicht klappen, und das ist halt teilweise tatsächlich so, aber, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Was jetzt, wo wir gerade bei zuletzt sind, was hast du zuletzt noch loszuwerden, Björn, zu Raw, äh, nee, zu SmackDown, ich will immer zu sagen, zu Raw und SmackDown, aber diese Woche war es ja separat. Ähm, ja, ich denke, ich habe gerade eben mein Fazit schon ziemlich gut gefasst, ähm, bin gespannt wirklich auf die nächste Woche und freue mich auch schon mit dem Tobi dann dort drüber zu sprechen und dann zu sehen, ja, wie die WWE sich, zumindest kadermäßig, neu positioniert, und dann kann man natürlich auch spekulieren, was natürlich möglich sein wird in der Zukunft für Fäden und so weiter. Ja, darauf können wir nächste Woche gespannt sein, diese Woche war halt leider nix. Mania war halt ziemlich durchschnittlich, wie ich fand, TakeOver war sowas von überragend, War After Mania war okay und SmackDown war halt der absolute Abschluss, also, ähm, Ich glaube, jeder, der mal, der, 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 der Zuschauer, die live vor Ort waren und vielleicht traurig waren, dass sie vielleicht schon am Montag oder am Dienstag morgen nach Hause reisen mussten, haben mich, äh, haben mich im Grund nicht ganz so traurig zu sein, finde ich. Gut, dann haben wir das soweit, coole Sache, ähm, die WrestleMania-Woche ist damit abgeschlossen, Haken dran, und wir sind schon gespannt auf die nächste Woche, wenn dann die Kader neu sortiert werden. Schön, dass ihr mit dabei wart, wenn ihr die Reviews in den letzten Tagen jetzt noch nicht alle gehört habt, dann checkt gerne nochmal aus, was auf dem Kanal so online ging, da ist ja wirklich jetzt auch einiges passiert, ähm, wir haben jetzt zu WrestleMania natürlich die Review gemacht, gestern zu Raw, dann zu NXT TakeOver, ähm, genau, ansonsten gibt's diese Woche und nächste Woche wieder Ressa privat, einmal zu Ronda Rousey und zu Seth Rollins, bleibt auf jeden Fall gespannt, und, äh, ansonsten verabschieden wir uns, Dankeschön, dass ihr hier mit dabei wart, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, reingehauen! und, äh, und, äh, Untertitelung des ZDF, 2020